Hoch über Puerto de Antrax erwartet Sie eine Designer-Villa der absoluten Luxusklasse. Die exklusive uneinsehbare Lage, der grandiose Meerblick auf den Hafen und die Insel Dragonera sowie die verschiedenen Terrassen mit hochwertigen Lounge-Möbeln versprechen traumhafte Sonnenuntergänge und machen dieses Objekt zweifelsohne einzigartig. Die neu erbaute Villa liegt auf einem 1900 Quadratmeter großen Grundstück und die 450 Quadratmeter Wohnfläche verfügt neben vier Stunden. Schlafzimmern und vier Bädern über eine modern ausgestattete Wohnküche mit angrenzendem Innen- und Außen-Essbereich sowie ein großzügiges Wohnzimmer mit traumhaftem Ausblick. Ob beheizter Pool, ein Jacuzzi auf der Dachterrasse, Fußbodenheizung, Kamin- und Klimaanlage oder ein integriertes Soundsystem, alle Materialien sind von höchster Qualität und sorgen somit für ein Wohnambiente der besonderen Art. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.